herz willkommen zu einer neuen folge minecraft teams ja ihr schon seht es ist ein bisschen was passiert ich habe aus versehen die folge 6 und wahrscheinlich auch die folge 7 mit gelöscht mit der folge 5 weil ich tue ja immer die die videos löschen nachdem ich sie hochgeladen habe einfach um speicher zu sparen und danke einfach mal ein stack blumen und hat dann wahrscheinlich auch gleich mit die folge 6 und folge 7 mit gelöscht und ich habe die noch nicht geschnitten deswegen war das ein bisschen blöd wir haben aber nicht so viel gemacht die folgen waren eher sinnlos als dass sie irgendwas bezwirkt haben wir haben oder beziehungsweise alias hat eine eisenfahnen gebaut die sehr gut funktioniert ich habe mich gerade schon gewundert die sehr gut funktioniert und wir haben das problem immer noch nicht gefixt warum er bloß acht chance sichtweite haben ist aber auch irrelevant er hat oben angefangen hat mit seinem haus wird aber ach du gehst auf den vorhügel jetzt ja ich gehe auf das soll ja das gilt wird aber jetzt auf dem vorhügel wohnen und damit die eisenfahnen geladen wird ach so ja das ist ja das das ist gut ich habe ein paar dinge geplant jetzt was gut ist weil in den letzten folgen war hier planlos ich habe ein paar geplant da muss ich aber kurz mal meinen meine notizen rausholen was du hast notizen dafür ich habe dafür notizen immer wenn ich alles für die folge schaffen dafür ist aber die zweite und ich sehe gerade ich brauche neue eisen ich will diese bären fahren als erstes mal will ich diese bären fahren dinge sind umbauen diese hier weil ich habe das gefühl die wachsen nicht so richtig deswegen muss aber gucken dass du die vielleicht mit einer schere abbaust die kann ich so abbauen aber die torten hier noch nicht die bären ja die trocken mir grad so oder so nicht die bären weil die noch keine bären dran haben deswegen will ich ja umbauen oder ich weiß es nicht ansonsten aber die torten hier doch nichts du kannst du doch dann nicht umbauen das stimmt ja war ach so stimmt da war ja was ja dann wo ich kurze schare mehr schare funktioniert so nicht habe ich kann getestet haben wir denn nicht noch bären solche bären generell oder wenn das jetzt funktioniert mir sie erzählt hat schade ja ich hab sie katsch brauchen das ist leider nicht aber wir haben doch noch solche bären ja es gab doch schon mal so eine bäre wir hatten doch mal solche dann hätte ich jedenfalls gedacht weil ich würde wollte das gerne mal um verlegen weil das hier nämlich anscheinend nicht richtig wächst ich habe keine bären was keine bären komisch ich überhaupt keine werden mehr ein bisschen hopper gut dann nächster plan dann müssen wir das jetzt erst mal so lassen nächster plan mein haus wollte ich bauen wollte ach stimmt was auch passiert ist wo ich nicht da war hat er mein pferd also ferdinand mit ein esel gepaart und ja was machst du hier und jetzt hat er ein mault hier ja er hat mich nicht um eine erlaubnis gefragt aber das war mir so egal als nächstes finde ich ach so dann habe ich noch mein haus eingezäunt also ich kriege jetzt deinen platz von dem haus kriege ich jetzt auch mit quasi ja okay ich würde sagen wir gehen vielleicht mal schlafen endlich danke ich würde sagen gehen vielleicht mal schlafen ja ich gehe schlafen so gut und dann gucke ich mal wie ich mein haus bau ich kann mal auf den kurznotizen gucken was ich dann noch so alles eine skelett fahren wollte ich bauen das dorfen können wir später machen das gelehrt fahren ist befeile das würde ich raschen und du kannst einmal nur ein emerald kannst du dir pfeile kaufen ja für ein emerald aber das ist teuer 16 stück ja und das ist zu teuer das ist gar nicht teuer doch also dann hat er hier noch das ach so das wollte ich hier da hast du zu mir gesagt ach so dass ach so das hast du schon okay du hast ja die bücherregale umgesetzt weil sie auf dem boden anscheinend nicht funktionieren kann ich gleich mal gucken wir haben jetzt level 30 jahre wies was ist der wies ich habe keine ahnung vielleicht sollte ich bei dem verzaubern dann das doch wieder auf deutsch auf deutsch lieber ja jedenfalls in der sache von verzaubern weil dann habe ich ja keine ahnung auf alle fälle wollte ich jetzt erstmal mein haus bauen oder die skelett fahren das war das noch nicht ich brauche ja plus die pfeile und du hast gesagt ich kann die trainen bei wem der feilmacher ein feilmacher wo ist der irgendwo ach ja stimmt dabei ein emerald smaragdi gut zu wissen dass das ein internationales wort anscheinend ist okay 16 wie viel smaragda haben wir denn ich habe 13 die fasst du 42 8 wo heimatland ok dann trage ich mal ein paar pfeile machen wir keine skelett warum war jetzt nicht mit meiner wird hier in jedem mit meinen aber ich nehme dann sowieso deine ich habe ich habe den habe ich hier gut der ist schon voll aber ja ich habe jetzt nur noch eins maragd habe gerade zwölf smaragd aufgebraucht aber zwei drei stecks dinge und der typ hat jetzt dinge kostenlos gemacht kostenlos nicht kostenlos hier vergünstigt 19 smaragde für ich habe keine ahnung von der armenbrust mit keine ahnung was es ist was das wird verzauberungen sind aber das sind glaube ich gut doch ja bei verzauberungen da muss ich mich noch einmal rein fuchsen muss man ja bei verzauberungen muss ich noch mal ein bisschen über ansonsten weiß ich dass der zucker was es sein soll nach hier was wollte ich jetzt machen ach so ich wollte ich wollte ich gucke ich gucke mal erst mal so dann muss ich mir noch einen neuen bogen kaufen braucht man sich ein bogen drei spinnweben also diese kisten sind so unaufgeräumt das triggert mich endlos und drei sticks dass ich nur ein boden kraft ist doch 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 aber habe ich noch fehlen hast du noch fehlen muss ich ja du hast noch fehlen okay dann nehme ich mal deine fehlen ich lass dir ein bogen nicht so wie ging denn dann der bogen ach so ich da ja jetzt bin ich mal gespannt auf die aufnahme wie du ein bogen ja ich habe es eigentlich genau die ressourcen vertauscht ach mir fällt gerade auf ich habe das texture pack gar nicht so ich habe jetzt das texture pack reingemacht ja gut das wusste ich jetzt natürlich nicht ne ja probier dich mal rauszureden jetzt ich kann mich nicht rausreden das ist ein bogen gewesen ach ich weiß gar nicht ob ich das in der folge gezeigt hat aber mr wofür ist ich habe das texture pack bearbeitet hat jetzt ein goldene monokel so ich tue mal meinen bogen hier in verzauberung damit ich und endlich hab dinge ins kirchnis jetzt muss ich natürlich mal meinen übersetzer anschmeißen weil ich mir nicht ganz sicher bin bei den entscheidenden aber dass das jetzt auf deutschen stellen habe ich jetzt keine lust unzerstörbar unzerstörbar ich würde jetzt vielleicht haltbarkeit sagen aber jetzt wahrscheinlich haltbarkeit sein heißt aber kesset wie es keine ahnung hast auf deutsch gestellt doch es war haltbarkeit was stärke haltbarkeit drei halbbarkeit zwei und stärker eins nicht wer war ich will es nicht du willst es jetzt wenn ich will ich muss bücher 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 haben wir noch bücher und sagt mir nicht wir haben keine bücher doch wir haben ein buch nice flamme effizienz stärke wie ist das wo man bloß ein fall braucht unendlich unendlichkeit mehrfachschuss haben wir ach man da würde ich sagen gehe ich noch mal auf farming oder hast du noch leder ja sieben stück okay 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 dann kraft ich mir mal daraus noch ein paar bücher gegangen ich bücher regale du kannst keine bücher regale mehr kraften also kannst du schon aber die bringen nichts echt sind wir voll level 30 ist das höchste ach lol ja gut dann brauche ich nicht wie können wir das jetzt so machen dass ich jetzt und unendlich aufkriegen ist ein buch ja habe ich die schlechteste verzauberung drauf also die allererste ja und dann tust du es beim schleifstein wieder weg also stärker eins habe ich jetzt drauf schleifstein weg und jetzt kannst du gucken auf den bogen du hast eine neue verzauberung schärfe eins schnell laden ist immer noch scheiße auf dem boden haltbarkeit einsteigen unendlichkeit kommen mir fehlen vier level warum haben wir einen neuen bibliotheker weiß ich nicht wo ist der alte hin kann ich von den lederstiefeln die verzauberung runter machen die haben wasserläufer 3 meinst du das lohnt sich oder ich fahre einfach kurz noch ein paar zieler ist er gestorben vom zombie oder was ich gehe in die höhle und wo ich noch ein paar aber ich habe schon mal unendlichkeit angezeigt dass du da kommt direkt der erste enderman der war won't okay ich hätte ihn einmal und er ist direkt nein ich glaube der eine kollege mit schutz hier ist tot echt also ich finde ihn nirgendwo und jemand neues hat seinen beruf nein nicht der gute kollege mit schutz 4 es war der einzige den wir so richtig brauchen ja aber das ist das ist jetzt blöd du wirst jetzt sagen ich suche jetzt monster und finde keine ja sonst habe ich bin ich gefahr habe ich gefarmt na oder habe mich die ganze zeit monster gestört jetzt finde ich kein einzigen kein einziges monster hier äh öle willst du mich forschen oder ist einer ein zombie der einzige zombie gib mir dein level oh ja und der küper nein nicht explodieren oh ja ich höre oh ja jetzt kommen sie jetzt kommen sie ja gemeldet deine wo ich habe jetzt eigentlich 36 heilige getauscht kann ich sie wieder umtauschen gibt es gibt es einen der ja auch junge muss man überlegen was du dir da kauf denn das sind los gehört ich kann ich rennen was ist denn los gesehen monster da ist er stirb stirb okay ich habe den klaus getötet ich finde achte hallo ah das war es dann auch mit dem bogen oh mein gott ich sehe da unten schleims eigentlich wollte ich heute in den neta aber ich glaube das wird heute nicht nö brauchen wir noch nicht oh nein das ist kein stein das ist bloß ein zombie ach lol oh da ist noch ein closegrid gib mir deine xp closegrid du bist mein stoppst eh hier in der ecke next ink next stirb stirb okay ich habe 27 level oh nein ja also mizi sag mir mal so hättest du den zombie spawner nicht abgebaut hätten wir jetzt eine ep farm ja ja wollen sie sich dazu noch äußern oder so nee nee ist gut so ja ja gut ne also wir hätten haben wir wie viel wie viel eisen haben wir denn aber man kann ja auch noch eine andere ep farm bauen ne kaktus farm meinst du äh ja also man kann genau kaktus brennen halt die ganze zeit an wenn wir machen tatsächlich kaktus habe ich das ist gar nicht so bad da kriegt man auch so seine einige xp dafür müssen wir aber erstmal kaktus anbauen wir haben zu wenig dafür ja dann müssen wir das halt machen ja gut warte dann baue ich schnell an äh mit creepern lege ich mich mal lieber nicht an du hast doch einen boden oder nicht ja aber den will ich noch ganz halten stimmt ich hätte jetzt noch den alten bogen benutzen können ähm wo hätte ich denn nach kaktus brusant ah ich habe einen grasblock ich habe einfach zu viel in meinem inventar zu viel müll wenn es wenigstens was sinnvolles werden nein ich habe müll einfach müll ich habe eine fette was kann ich ein paar kühe töten nein okay erst mal vermehren dann kannst du okay dann 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 vermehre ich dir ich habe doch gerade hier noch weizen ah 23 weizen ja natürlich kommt her wer will wer will wer hat noch nicht du du ja da du und du und hier da hinten am eingang du und du nein will nicht rausgehen haben jetzt alle du und du okay jetzt haben alle perfekt aber die wachsen ja wirklich gar nicht also die länge oh das ist ein gutes gewitter genau perfekt jetzt einfach gleichsam hä hä ich wollte eigentlich ein wort halt möglich machen aber ich habe es verkackt aha was lernen wir ja weißt du jetzt 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 brauche ich monster und jetzt finde man aber glaube ich mal konnte man aber glaube ich mal jetzt brauche ich noch eine doppelkiste er ja dornen 3 dornen 3 dornen 3 existiert dornen 3 existiert dornen 2 dacht ich auch lol 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 j 14 hier bist du mit so einem schwert angelaufen hallo nimm doch mal deinen Kackbewurf jouern äh so wie mörder kommst du hier angerannt ich denke mir so der will ihn umbringen nimm mal deine wappe aus der hand hallo möchte jemand mal gerne oh mein gott ich habe den mlg geschafft du hast gar nichts geschafft doch kommt ja manchmal kinder aber ja wie sie was was das ist das ist auch nicht tot der mit schutz 4 nicht nein der ist hier gewesen irgendwo das kann aufgetaucht ok meister er ist wieder zurückgekehrt und von seinem urlaub hallo noch endlich bist du wieder da haben dich so vermisst eigentlich nicht auch immer stolz weil ich habe noch nur monster sport und zombies spinns von glaube ich oder es kann auch sein dass ich den schon abgebaut habe ich weiß es nicht ja ich habe den glaube ich schon angebaut habe ich nicht nach wie man lassen jetzt habe ich nicht abgebaut ich habe ihn schon abgebaut ich weiß ich hatte so noch hören mein schild ist kaputt es gab diese eine hoffnung ja ja eine ip keine ipv ja ich brauche neue schild hatten wir nicht schildern in unserer kiste ja ich brauche ich brauche neue eisenhose und ich brauche generell komplett neues eisenstuff kannst du vergessen ich baue den einzigen letzten spawner ab den es noch gibt das ist schon irgendwie es hält frag mich wie du so schlafen kannst wenn du das warst tja du kriegst einen albtraum die machen kinder nimmt die ofenkartoffeln nimmt das brot die haben schon von mir bekommen ach so deswegen machen die ja kinder die können ja dann jetzt gehen die wieder weg die können ja können ja auch hin herzen kriegen und dann eben eine kinder machen ja ich weiß aber die machen nur die herzen wenn du den was zu essen gegeben hast ja 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 das kann dieses nicht das war kratz übelst hat warum ist dieser enderman im block als dieser weg ich kann nicht zählen oh digga ist dieser enderman laut zahl doch mal deine bappen idiot ist er doch bist du zu blöd mich zu attackieren oder was oh mein gott ich habe kies bekommen digga da hätte mich fast gekillt ich habe kies bekommen das wertvollste kies ich laufe schon wieder mit zwei herzen auf der suche nach ein bisschen hoffnung für ein zombie spawner oh mein gott diaz ein dia auf der suche nach einem zombie spawner damit er mich nicht komplett umbringt ich ne aber blicke können töten würdest du mich jetzt gerade angucken da würdest du mich sehr sehr ja blicke können töten was wenn blicke töten könnten so ging das also wenn blicke töten könnten da wäre ich jetzt schon zwölf mal gestorben ah ja nee aber so ähnlich ja so ähnlich aber du würdest mir jetzt schon gerne mal eine schelle geben rechtsdings oder ja nee 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 oh wenn auch seitdem ich schon 13 mal gekriegt hier bin ich ja schon selbst schuld dran wieso ich hab dir ja anfang an so selbst gesagt ja kannst die schwinden spawner abbauen ja stimmt aber nicht dass du den zombie spawner abbauen kannst dafür könnte ich dir ne schelle geben ja gut das stimmt da hab ich instinktiv gehandelt oh ich bin gleich tot ich bin tot jetzt bist du tot und ich hab 30 level ja bloß verzaubert das ding unendlichkeit und stärke 3 und schlag 1 oha ok schlag 1 jetzt zwar nicht so cool aber stärke 3 ja mit unendlichkeit auf einen noch nicht benutzen bogen das ist schon geil das ist schon sehr sehr nice da hatte ich wirklich glück des todes und ich brauche jetzt bloß einen pfeil haben das ist gut jetzt wäre ich wahrscheinlich immer mit dir den kann ich reparieren oder mit einem anderen bogen im ambos ja kann aber wir können auch gucken dass wir einen neuen bibliotheker machen mit reparatur das wäre natürlich noch geiler wenn der bogen dann unendlichkeit stärke 3 und dann eben noch reparatur schlag 1 und reparatur dann hat das wäre dann unendlich geil oder ich mach sowas ich mach es jetzt das brauchen wir oder ich könnte nochmal aus dem aus dem dings enchanter nochmal was rausholen aber haben wir nicht einen dings der der reparatur hat nö ich hätte gedacht ich habe irgendwo mal reparatur gesehen nö 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 okay ähm ich gehe nochmal kurz das was ich dir geschickt habe und mach den bonner ne hast du dir was geschickt äh ich hab dir was geschickt ja nö jetzt nö 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 warum ist jetzt mein dings weg okay ähm so ich hab einen dir den lege ich mal hier mal zu nahe das ist grad dunkel lass mal schlafen gehen alter was ist bei euch falsch gelaufen im leben wieso die wechseln sich hier immer ab das sind zwei dorfwohner die wechseln sich jedes mal ab sobald ich hier diesen dingsterbumster was auch immer das ist hier grad aufstelle ich hab den namen vergessen jetzt ist es der kollege aber siehst du es ist das was ich dir schon mal gesagt hab du hast mal gesagt zu mir ähm 30 erfahrungspunkte braucht man ne ähm wenn da steht 30 erfahrungspunkte hab ich ja mal zu dir gesagt äh das sind diese diese drei äh was stand da diese 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 zwei erfahrungsstufen sind das also wenn da steht 17 diese 17 bei diesen erfahrungspunkten 17 dann werden dir keine 17 erfahrungspunkte abgezogen sondern eben dann halt diese zwei erfahrungsstufen also zwei erfahrungslevel beim verzaubern was hast du da du hast rechts hast du die level ja und das sind aber nicht die kompletten level das sind nein doch ja aber dir werden dann keine besitzen damit du das machen kannst und dir werden 30 levels abgezogen sobald du jedes level höher wirst brauchst du mehr erfahrungslevel die werden so und so viele erfahrungslevel abgezogen ja ne aber guck mal wenn da steht äh rechts 17 ne das da werden da hast du und du hast angenommen dann 30 dann hast du keine 14 danach sondern da hast du danach irgendwie was ist ich 27 oder so weil du höheres level bist desto höher des levels desto weniger erfahrung wird dir abgezogen ah ok aber verstehst du wie ich das meine man nein ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr links links bei den anzeigen das sind die level vom enchanter ja jetzt bist du selbst überfordert oder was ja jetzt bin ich selbst überfordert ist auch ganz egal ich habe reparator nein spaß aber ich habe efficiency 4 effizienz 4 ist krass ist das gut kannst du schnell abbauen ja ne brauchen wir nicht so gerade mein level reparatur 2 gibt glaube ich nicht oh fluch der bindung stärke 4 stärke 1 das brauchen wir genau fluch der bindung ja ja fluch der bindung brauchen wir so sowas von durchschusstreue plünderung ach ich finde ich gebe hier gerade einmal eine level aus weil ich reparatur haben will stell dir wirklich mal vor Doc Lenny und wir wir spielen so ein Spiel wir müssen unsere Rüstung ausziehen können wir aber nicht wir haben fluch der bindung drauf stärke 4 ja stärke 4 hat der andere Typ ne ich krieg ich krieg kein Reparatur ja rückstoß 2 ok ist hat der der ist schon wieder neu Rapune 2 was ist Rapune das sind zwei neue wieso seid ihr jetzt neu wo ist der andere Kollege Entladung geh doch mal mach mal bei dem anderen das mach mal hier so auf dem du stehst den weg machen ja und dann wieder drauf platzieren den neben dir gucken ja 24 Papier hat jetzt nichts besonderes wieder das selber jetzt geh doch mal weg das ist meiner das ist meiner das ist meiner jetzt geh doch mal weg man reparatur echt meiner oh ja oh ja 28 dias äh smaragde äh ok 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 ein Buch hab ich das ist Reparatur 28 smaragde soll ich deine 28 smaragde holen ich hab keine 28 mehr das waren keine 28 doch da steht 28 smaragde warum hast du gerne 28 smaragde mehr ich hatte noch immer zwar 42 aber egal ja und ich will 28 von dir nehmen nein ich hab keine mehr ich hab die verbraucht für Schutz dann geh ich jetzt der junge braucht wieder das äh dann geh ich jetzt irgendwie das maragde traden ähm brauchst willst du auch Reparatur haben oder ja wir werden auf alles Reparatur machen achso ok äh 31 sticks für ein ja das mach ich ich hol jetzt ich hol jetzt äh dings holz probier mal Damage Schutz hier mal wieder sein Job anzunehmen mach mal deinen Job hier ja danke hier ist ein großer Baum so glaube ich oder hast du das angenommen ach ich hoffe mal ich hoffe mal du hast es angenommen ich wollte eigentlich in dieser Folge mein Haus bauen aber egal okay ich hab 15 Eichenstämme und jetzt hab ich zwei Stacks Sticks ok wo ist der Pfeilmacher der ist hier ja ok ich hab vier smaragde warum ist da Wasser hast du grad bei dem Haus Wasser platziert ja damit ich hoch komme ach lol oh ich schau mal hier die Bäume fällen nicht die guten Bäume doch bist du lebensmüde ja ok ich hab jetzt wieder ein stack du musst sie dann nachpflanzen warum ich weil ich umweltbewusst bin du bist umweltbewusst ähm ja ne alles gut ich hab den einen Baum jeden Fall schon mal nach also das ist doch das gute du kriegst halt aus einem Baum kriegst du vier Bäume raus bin ich dumm oder halt mehr Bäume als ok ähm ich habe wo ist der Feimer wo ist der denn jetzt schon hier gib mir deine Esmaragde danke warum ist der arbeitslos geht gar nicht also umbringen ist umbringen nein geben wir noch einen job nein arbeitslose kann man nicht mehr sobald die grün sind können die keinen job mehr an der ist aber nicht grün der ist normal normaler doof gewohner ja dann brauchst du ihn nicht umbringen lebensmüde was willst du ihn umbringen ne lebensmüde warum willst du ihn umbringen denk mal über deine worte nach hier ist die katze und ich muss essen bring die katze oh ähm was was gut war ähm ich will ja jetzt nicht sagen aber vielleicht wird unser dorf bald angegriffen wieso nein was ist passiert was ist mit die piljean die wollen uns angreifen echt wo nein äh mein magiaturm magiaturm bei mir hä welcher magiaturm da bei meinem haus achso warum ist die denn da hinten oh nein 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 warte wir müssen gegen die kämpfe warte wir brauchen milch wir brauchen milch nein ach ja ich sehe sie bei der eisenfarm wir müssen nicht angreifen sonst ein turnier unsere doof wieso kommen die so nahe gespawnt soll ich meinen bogen benutzen ja ja muss dauern ok perfekt ok gut ich habe deren oder habe ich deren banner ich habe deren banner ja äh miesi wenn wenn solche leute kommen musst du immer einmal milch haben ok warum weil du bekommst eine verzauberung wenn du mit dieser verzauberung ins dorf gehst dann ach böses omen meinst du ach so funktioniert das ok deswegen immer milch trinken ok ich habe jetzt auch kein milch milch ich habe jetzt ein banner den klebe ich hier an die scheune dran so wolltest du heute nicht mal unser banner noch machen genau ja mach das jetzt mal ich mach das jetzt mal ähm ich dachte immer wenn man diese leute tötet kommt wird der raid gestartet aber wenn man wenn du dieses böse omen kriegst dann ach so ok wieder was gelernt ähm wie macht man diesen webstuhl webstuhl ach der ist übelst einfach hab dann nie so ein einfaches crafting recipe gehabt recipe äh gut perfekt da da lebstuhl dann klatsch ich auf unsere ganzen dinger drauf ähm ich bin froh dass ich umziehe gleich naja bald siehste und jetzt 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 ist es gut dass wir wolle gefahren haben so ähm jetzt muss ich erstmal kurz in unseren warzen abentfernen chat gehen und den link raussuchen wie man das nochmal kauftet äh so ne ich hab dir ah ne ich hab dir keinen link geschickt ich hab dir den command geschickt warum hab ich denn dir den command geschickt würd ich auch gern wissen ich wusste nicht mal was ich damit anfragen soll ja gut dann muss ich nochmal gucken vielleicht kann ich den link nochmal raussuchen war das hier war das hier war das das ja ok ich hab's wieder ähm also wir brauchen grüne Wolle wir brauchen dafür erstmal grüne farbstoff hast du bambus äh bambus bringt keinen grün kaktus wir müssen die erst vermehren ok nur dann geht's kann ich die das den banner dann hinterher noch färben nö ah perfekt also glaube ich mal also brauche ich grüne Wolle soll ich dunkelgrün also kaktus oder hellgrün hellgrün würde ich sagen hellgrün findest du hellgrün besser ja ok warte dann muss ich nochmal die farbe bei hier ändern hellgrün auch essen ja könnte auch passen nein jetzt habe ich das ding geändert ach komm ok so jetzt ja gut dann machen wir das hellgrün dann brauche ich jetzt was brauche ich nochmal für hellgrün weiße farbe und grün ach so aber dafür muss unsere kaktus fahren ein bisschen wachsen und dafür muss dieser schein geladen sein äh ja gut ok dann sorge ich dann kümmere ich mich nochmal um erst mal um dings wie heißt oder du gehst grüne farbe holen nee nee dann kümmere ich mich wenn du richten norden gehst findest du ne wüste nee nee ich geh jetzt da tue ich mich jetzt erstmal um reparatur kümmern wie viel braucht man für reparatur wie viel 28 28 ja äh wenn ich genügend sticks ding so wenn ich unsere ganze baumfarm abbaue du pflanzt die wieder ein und ich die dann wieder anpflanze dann müssten wir genügend haben um dann eventuell ins reparatur holen zu können oder ich brauch glaube ich sogar bloß einen halben stack also den baum hier noch jetzt habe ich einen halben stack oder 30 jetzt habe ich ja circa passt das ja das reicht du tust danach pflanzen ne ach so ein creeper ist in unserem dorf na genau ach so stimmt man ich vergesse es immer nein oh alles knapp hilfe vergesse es immer dass ich einen bogen habe aber wenn ich den dann wieder repariere dann bleiben die verzauberung drauf wenn du es bei einem ambos machst ja okay gut ähm was soll ich was soll ich jetzt machen ach so ich wollte trainen kurz mal kurz mal ich hab ich hab halzheimer wo sind die villager wo sind die villager hin ach so die penn müssen jetzt muss ich erstmal diesen komischen typen wieder finden wo ist der ist es der ja es ist der du handelst jetzt mit mir nix mit schlafen du musst jetzt mit mir handeln so bei deines smile ja du kannst dich auch hinlegen während des trades aber hauptsache du machst es okay ich hab jetzt 8 zusätzliche smile reactors und jetzt hab ich 14 wie viel brauchen wir nochmal 28 28 okay kann es sein dass die bäume diese birkenbäume oder generell die bäume immer größer geworden sind weiß ich nicht mit dem update okay also ich hab jetzt die komplette farm abgefahren hab aber noch keine sublings rausbekommen deswegen ja ich komme gleich was ok 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 wo ist der typ jetzt wieder hin so so ja kann es gleich aufbleiben wir haben es nämlich morgen wir zu halten was guten morgen sonnstein guten morgen sonnstein ach ja es geht wieder pennen so ist jetzt mit mir traden das ist ja nur so denken junge du hast du nicht mehr alle wir haben 6 uhr lass mich noch schlafen es ist samstag eigentlich sonntag aber ich dachte gerade wirklich es wäre samstag sag mal was ist eigentlich aus tiefstehtauer jones geworden dachte ich eigentlich heute auch der ist immer noch gewonnen der hat sich ein bisschen bewegt aber der ist immer noch servus tiefstehtauer jones ey der ist vieles klasse okay das ist wirklich so als sonntag oh 85 millionen ok würde ich sagen trade ich nochmal mit dem irgendwas klingelst du ja aus Versehen habe ich das und dann gucken wir wenn ich noch genügend habe dann fühle ich eventuell ne der hat der traden nicht mehr und tradest du nicht mehr mit dir falsch jetzt habt ihr doch mal paar smaragde wieder am angebot haben ich kann ja noch 5 mürz geben 5 kannst du mir geben ok ja danke da haben wir jetzt 8 8 plus 14 wir haben 22 und fehlen nur noch 6 achso hey ist hier Volksversammlung oder was das ist hier die machen hier Verschwörungen alter Verschwörungstheorie Verschwörungstheorie der Bibliothekar ein Schmied und der Pfeilmacher die unterhalten sich gerade hier über Verschwörungen warum ist der Bibliothekar jetzt auf dem Bett von dem Pfeilmacher fängst du diesen bösen Banner hier hin das ist böse das ist Schmutz ja Junge mach weg oder ich verbrenne es jetzt kommt in meine Kiste da verstauben also auf welcher Seite stehst du hier definitiv nicht auf deren so und jetzt gibt jetzt trade doch mal man du regst mich auf wie lange kann es dauern bis der endlich wieder Dings wird Dings hat sehr lange man ich will doch nur dass er jetzt noch seine paar Smaractles oh ja ja kann wieder auch geil danke danke aber jetzt habe ich keine Sticks mehr mir fehlt genau ein Stick ach komm aber ich habe jetzt 5 beziehungsweise gleich 6 Smaractles das müsste reichen ja mir fehlt tatsächlich bloß noch dieser eine Stick dann kann ich uns äh Präparatur kaufen willst du das haben oder kann ich das für meinen Bogen nutzen äh ähm kannst du nehmen okay Pfeilmacher komm her du musst mir noch einen Smaract danke hier schön mit dir Geschäft zu machen ich meine wir können ja immer wieder tradeen ja ja ich habe 28 Smaractles und hier Reparatur genau Reparatur will ich haben und bam danke schön mit dir Geschäft zu machen und jetzt tue ich den Amboss nehmen oder oder welchen tue ich jetzt nehmen Amboss Amboss okay und das kann ich nicht machen muss ja gucken wie du es anordnen musst kann das nicht machen das ist nichts kann das nicht das geht nicht ach ach joi warte das geht wirklich nicht ja ich komme zu dir bist du Schäfer wenn das jetzt bei dir geht also dein Bogen ist kaputt ja gut dann repariere ich den kurz aber im Amboss im Amboss ja muss den reparieren weil sonst verlierst du die Verzauberungen was machst du nix jetzt muss ich erst mal kurz gucken warum sind ja so viele Eisengolem okay Bogen also ich muss jetzt einen neuen Bogen craften ja und den dann im Amboss oder ich weiß nicht ob es mit Spindem eben auch funktioniert mit Spindem ja da soll ich auf jeden auf jeden mach gleich kannst mal probieren ne ok ok hab's repariert kann es immer noch nicht brauchen ja wo ist eigentlich meine Katze nach hier hinten bist du bei feld ich baue ja gerade das was an ach so dann kann man da muss du mal gucken genau verstehe nicht warum man das nicht drauf machen kann warum geht's nicht bei mir spinnweben doch ja noch drei fäden immer immer ja hä wort wort teffi du hast du getan was hast du getan dein Bogen kann man nicht reparieren weil du unendlich drauf hast deswegen kann er keine Reparatur drauf haben ach das heißt es geht gar nicht in der Kombination wirst du ja Reparaturbohren noch haben ach perfekt jetzt haben wir einen Bogen das funktioniert nicht ach schade 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 ok ja dann machen wir seit wann funktioniert das nicht ich wusste dass es mit Lamme und Unendlichkeit nicht funktioniert aber und um endlich auch tja äh gut so Freunde ich würde sagen das war es für die Folge gewesen wenn ihr mehr sehen wollt dann lasst ein Like da abonniert abonniert aktiviert die Glocke um kein Video mehr zu verpassen was guckst du mich so an na Villager genau ähm schreibt mir in den Kommentar bis zur nächsten Folge haut rein oder und ciao ciao mein zuge los